Ich werde uns, glaube ich, mal noch eben, äh, einen runterholen, einen runterholen, einen runterholen, einen runterholen, einen runterholen, ja, ich werde nochmal kurz eben uns, äh, Waffen basteln. Das ist gut. Ähm, hoffe ich. Dauert hier gerade. Waffen ist gut, ja, ja, ja. Oh, sehr gut. Sfax ist wieder installiert, back to game. So, jetzt sehen auch die Dorfbewohner wieder aus wie Dorfbewohner, glaube ich. Genau, die mit ihren langen Nasen. Genau so. Die mit ihren langen Nasen. Guck mich an. Villager, guck mich an. Zwei Kobalt, zwei Ardite. Es gibt auch Pick-Eilen. Schön. Okay. Äh, zwei Kobalt, zwei Ardite. Ich würde einfach mal alles schmelzen erst mal. 18 und... 18. Ich hoffe, das reicht. Die waren noch gar nicht auf so einer schwebenden, fliegenden, Fliegeschwebeinsel. Müssen wir auch bald mal hin. Ja, aber nicht mit der Fledermaus. Nee, dann bauen wir uns hoch. Nehmen wir jeder irgendwie drei Stacks Erde mit und dann bauen wir uns hoch. Das passt genau. Oh Gott. Oh, wie schön. Das gibt es doch nicht, ey. Dead Feeling is so great. Ui, 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 ui. So, das ist hier schon mal gut. Wir müssen irgendwie an den Most-Done kommen. Ich glaube, ein bisschen Most-Done hatten wir auch schon da unten. Hatten wir, ja. Wir, äh, wir haben doch... Ne. Ich hab mir leider auch nicht auf der Karte markiert, wo die ganzen Dungeons waren. Die ganzen Fünfer haben wir nur. Wir brauchen 18. Weil wir müssen definitiv unsere Werkzeuge sich automatisch reparieren lassen. Und das geht nur mit einem Ball of Moss. Wir können natürlich auch... Das ist hübsch. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Das ist wirklich hübsch. Was ist hübsch? Nein. Das. Achso. Basti. Au. Was bist du, du Ficker? Mana Elemental. Du dämliche... Fluid Transposer? Ich geh erstmal, äh, Pipi machen. Okay. In deinem Bett. Findest du lustig, ja? Ja. Also. So. Wenn du rauskommst und nach links guckst, siehst du, was ich meinte. Das ist hübsch, wenn man... Wenn man hier so lang geht, oder nicht? Was sagt ihr? Ist doch hübsch, ne? Da müsste oben drauf vielleicht nochmal eine Reihe... Könnte man ja... Was könnte man ja angehen? Was sind die denn? Smelting, Steel Dust, Shaped Crafty, Coal, Heilen. Ach, das ist ja... Das ist ja gut. Das war mir gar nicht klar. Hast du jetzt schon alles, ja? Ne, mir war aber gar nicht klar. Also wir können uns tatsächlich auch, äh... Dings bauen. Wir können uns Dings bauen. Achso, können wir. Ja, ey. Oh, wie schön. Was ist denn Dings? Mostone. Zwar mit einigem Aufwand, aber mir war gar nicht klar, dass man, äh, Stahl auch, ähm, ganz einfach über ein Crafting Table basteln kann. Stahl, doch. Das wusste ich nicht. Doch, 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 Das geht. So, wie viel, wie viel haben wir denn jetzt? Ui, 36 Inkelts. Das dürfte reichen. Hm, schade, da kann nichts mehr drauf. Schade. Schade. Das ist schade. Klar kann das. So, 36 Inkelts haben wir, das ist gut. Dann können wir nämlich, äh, Dinge tun. Verschiedene. Ach, da oben bist du. Ich bin hier oben. Der Bleibarry Bush kommt da nicht hin. Ach, komm. Ist ja auch egal. Ich baue jetzt, ich baue jetzt das Ding jetzt endlich weiter. Mein Hut ist weg. Tot, kaputt. Ne? Du hast noch einen Hut. Ne? Achso, du meinst Toolstation. Wo mache ich das für ein paar Bilder? Ja, genau dort. Ich möchte gern. Es kommt genau dorthin, das Stück. Was, wir bauen uns, wir baue, ich baue, ich, ich mache, äh, wir bauen. Genau. Und so, so war der, ja. Und zwar, ein, wo ist es denn? Weiß ich nicht. Cleaver. Wir bauen uns einen Cleaver. Boah, was, der auch anderen in den Nähe Schaden zufügt? Nein, nein. Aber das ist doch Cleaver. Nein. Bieter. Ja, ich muss noch mal kurz gucken, was. Ah, jetzt, jetzt täuscht er vor zu sterben. Was da eigentlich die besten Materialien sind. Ähm, Gold. Äh, Alomite hat 1,5 Hearts Space Attack. Sag ich doch. Und jetzt packst du da noch Gold dazu. Gold ist das Beste, was du, was du in dem Schwert. Nein, nein, nein. Doch, doch. Ich habe ganz viele Schwerter gesehen von, von großen Heerführern, die hatten Gold. Ja, nein. Gold und Diamanten. Manulin und Holz. 2 Hearts, siehste. Sehr gut. So, den wollen wir einfach mal ganz kurz hier uns was basteln. Und zwar basteln wir uns jetzt ein, äh, Ding. Geil. Da bin ich dabei. Next pattern, next pattern, next pattern, next pattern, next pattern, next, 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 next. Das hier müsste Large Blade pattern, so. Die brauchen wir erstmal. Was hab ich gesagt, was brauche ich noch? Äh, du hast Du hast irgendwas von Aluminium gesagt, aber du hast sonst nichts gesagt. Large... Blade... Large Plate... Tough Rod. Large Blade haben wir schon, oder? Äh, la... Ne. Hä? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Ist in der neueren Version aber blöd, äh, besser gemacht hier. Da muss man nicht so durchklicken. Oh, hier, warte mal. Tough Rod-Petter. Tut mir leid, dass ich die neuere Version mit dir noch nicht spiele. Jetzt ist es wieder meine Schuld, oder was? Habe ich irgendwas gesagt, du Spass? Aber voll. Au. So, ähm... Ah, wir haben noch Aluminum Brass, habe ich auch noch da. Das finde ich äußerst gut. Also, ich, äh, bin, ne, kurz mal, ich mach erst mal hier, ne? Ja, ja, ich mach auch hier, erst mal hier. Genau. Gut. Plus Minus. Braucht du mich? Braucht ich nicht? Toll, meine Spritzhacke ist kaputt. Thanks, Obama. Oh, Mann. Wie, deine Spritzhacke? Deine Rosane? Nee. Die, die habe ich noch gar nicht genutzt. Okay. Also, noch nicht viel. Äh... Oh, meine Schaufel ist kaputt. Thanks, Obama. Ich brauche aber wirklich eine neue Schaufel. Kackte Scheiße. Da, 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 da. Das müssen wir hier eigentlich reichen. Oder geht das nur mit normalen Steinen? Das geht nur mit normalen Steinen. Das geht nur mit normalen Steinen. Weil es... Jo, mach es einfach. Nö, ich mach es einfach mal damit. Mach es einfach. Ja, ja. Komm. Dann nicht. Okay. Also, ich hole mir jetzt mit diesem Ding... Einen runter. Nee, nicht ganz. Aber ich wähle hier dran, sage ich will Eisen. Und sage ich will davon... Eisen. Iron. So. Äh, wie sieht denn schon ein Geschmolzi? Aluminum Brass. Aluminum Brass. Nee, halt. Ich will ja, ich will ja... Reich schaufeln. Request. Yes. Juhu! Es ist da! Das System funktioniert. The system is working. Niemand hat je daran gezweifelt. Genau. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Du, 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 du. Genau. Das waren nämlich genau drei Schaufeln. Du bist ein intelligenter Mann. Oh, danke. Achso, nee, du. Nein, nein, du. Was von dir? War ich? Du, ich habe von dir gesprochen. Doch. Hör auf. Okay. Franz. Siehste. Äh, ich würde sagen, ich bereite einfach mal alles vor hier. Oder willst du hier mal rechtsklicken? Mach mal ein Rechtsklick da drauf. Nein, nicht da drauf, da oben auf dem Hahn. Du musst schon sagen, was du willst. Warte, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Stopp, stopp, stopp. Ja, es geht halt auch nicht, ne? Oh. Das ist hübsch. Soll ich es wieder ausmachen? Ne, ne, ne. Es fühlt sich ja komplett. Und jetzt, und, und jetzt kannst du dir das Ding rausnehmen. Geil. Jetzt mache ich nochmal einen drauf, ne? Piu, 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 piu. Hier, guck, hinter dir. Das finde ich so schön. Na, 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 na. Das ist schön. Oh, ist das schön. Das ist schön. Jetzt mal ernsthaft. Links und rechts sind Raspberries. Das ist doch schön. Ja, das stimmt allerdings, wenn man sich das nicht vorstellt. Ja. Und ich will das, äh, will das dann hier noch haben, dass das dann hier vorne so über den Weg geht quasi. Ja? Dass wir hier so ein, ne Pforte haben. Und dann geht das hier so rum. Und endet hier eine Explosion. Hier drüben. Genau hier. Wenn du das isst, sieht das aus, als würdest du Blutspucken. Ja. Aber ich muss mir, ich muss mir auch mal was holen. Wie viele kann man davon eigentlich essen? Alle. So, warte, wo haben wir es? Nee, nee, nee. Nee, alle konnte ich nicht essen. Ja. N rectil. Ahhhh! Ahhhhhhh. 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 Ahhhhhhhh! Ahhhhhhh. Ahhhhhhh. Schmeckt er? Ja. Voll lecker. Ich brauch'n neuen Hut, mir geht's viel zu gut mit dem grünen. Ich brauche einen neuen Hut, mir geht es viel zu gut Yo, yo Ich glaube, das ist gut So, was hast du noch, was hast du noch Ja, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen Ich glaube, wir machen uns den Rest Wir machen uns den Rest aus anderen Materialien Aus Käse Ich habe hier meinen Käsehammer So was ähnliches, ja Ach, schön Lass mich mal überlegen Bitte Warte, jetzt muss ich mir gerade überlegen Na, ob das was wird Na, immerhin was Machst du erstmal weiter Ich grabe hier auf der Seite Ich glaube, wir machen es einfach aus Ganz einfachen Gründen Basteln wir uns das Damit wir nicht wieder nähter müssen dafür Zumindest erstmal, man kann ja später noch Besseres bauen Ich werde erstmal den Griff aus Die Griffe aus Dings bauen Wenn du verstehst, was ich meine Gift? Genau Ich bin heute nicht gut in Übersetzen Aber Gift war das Richtige Ich werde aus Obsidian Ach, aus Obsidian, okay Werde ich die Griffe bauen Na gut Kannst du dann auch pennen gehen oder so? Gleich, eventuell Bastian, geh ins Bett jetzt Eins Zwei Das funktioniert schon mal Jesus Fucking mal So, ich gehe mal ins Bett Okay, danke schön Ich muss das definitiv danach noch hübsch machen hier Ich bin mir nicht so sicher, ob ich in der Aufnahmesession schon zu Korn komme und so Aber egal Egal Wir werden es ja sehen So Wir können ja Papier Haben wir irgendwo Papier? Ja Eventuell oben in dem In der Truhe beim Beim Crafting-Table und so weiter Weißt du? Oben Oben Ja Nope Hast du irgendwo Dings gesehen? Holz? Zuckerrohr? Ja, Zuckerrohr haben wir doch angebaut Hinter Hinterm Haus Am Fluss Wir können ja alles versprechen Hier in der Aufnahmesession Und dann einfach nicht halten Ich baue ein Nuklearkraftwerk Was fliegt Ja, natürlich Und wir ziehen uns beide aus Ganz zum Schluss Okay Du weißt, dass das aber passieren wird Äh Ja, ja, ja Sorry, klar Natürlich Was ist das für eine Frage? Ach schön So, jetzt habe ich Erstmal voneinander getrend Ich werde mal eben Äh Ich habe mal alles abgebaut Ja Ach, auch den Boden? Äh, ich habe einfach die ganze Welt weggenommen gerade No Nur das Stück da Nur da, wo du hinguckst Darf ich das stehen lassen Okay Na, immerhin Das ist lieb Ja Okay Ich werde nämlich mal kurz Hier vorne Ähm Damit hier quasi unser Farmbereich beginnt Wo auch schon die Kakteen und die Bäume stehen Dann baue ich hier hinten auch noch mal ein bisschen was von dem Kram hin Von dem Okay, okay Ja Das ergibt es den Damit wir immer nur in die Richtung Wenn wir irgendwas brauchen, was lebendig ist Dann müssen wir einfach nur in die Richtung gehen Mh, lebendig Mh, lebendig Mh, lebendig So Ja Ähm Dinge Oh, ich habe keinen Platz mehr Das hat mich gerade an etwas erinnert Dieses Machen nicht irgendwelche Mobs in Minecraft auch so? Äh Keine Ahnung Ich komme nicht drauf So Ach, hier haben wir noch Paper Das ist ja gut Die Zombies vielleicht? Ich komme sonst echt nicht drauf Ich weiß nicht Äh War es übrig? Weiß ich nicht